Guten Morgen, Fahrschule Orlenburg. Was kann ich für Sie tun? Nette Stimme. Und das schon morgens um acht. Kostenlose Hotline? Alles rund um den Führerschein? Zertifizierte Fahrschule? Den richtigen Weg gehen, um fahren zu lernen? Na, mal sehen. Täglich theoretischer Unterricht. Sogar samstags und am Vormittag. Ferienkurse und Intensivausbildungen. In sieben Tagen alles abgearbeitet. Kostenloses Online-Lernen. Erste Hilfe-Lehrgänge und Sehtest im Haus. Oh, guter Start. Top ausgestattete Audi in allen Größen. Sogar mit Automatik. Kann man sich auch noch die Farbe aussuchen? Fahrtermin auf Wunsch abgestimmt. Oh, auch Fahrlehrerinnen. Anhänger-Ausbildung in drei Tagen. Na, geht doch. Für jeden das passende Motorrad. Stimmt. Vielleicht fing er seine Geschichte auch so an. Auch langsam fahren will geübt sein. Wenn man erst mal warm ist, klappt auch der Rest. Und bleib immer schön geschmeidig. Dann sieht man sich zu Seminaren für auffällige Probeführerscheinbesitzer. Oder zum Punkterabbau wieder. Hatten die gerade einen eigenen Übungsplatz? Wollt schon immer mal mit einem großen Auto Spaß haben. Oh, das ist groß. Richtig groß. Angehende Kapitäne der Landstraße können sich beim Allroad Trucker Team jeden Tag mit modernster LKW-Technik vergnügen. Ja, ich steh drauf. Die Jungs bieten auch noch alles rund um die Berufskraft Fahrer-Aus- und Weiterbildung. Perfektionstraining mit Sattelschleppern. Und auch Gliederzügen mit Wechselbrückensystem. Das volle Programm. Natürlich kann man auch mit Gabelstapler und Ladekran spielen. Sorry, üben. Üben. Ja, losfahren kann jeder. Aber ankommen? Fahrschule Allroad. Den richtigen Weg gegangen. Schon angemeldet? Informieren lohnt sich. Yippie ja, yeah.